Willkommen zurück zu, äh, Adventure Capitalist. Ich bin jetzt etwas länger online gewesen als, äh, oft länger gewesen als geplant, eigentlich war ich ein bisschen gut geplant. Das waren jetzt nur 30. Naja. Ich lasse das. Leid, 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 leid. Easy, einfach mal beides kaufen. Äh... Neh neh, neh neh. Neh neh. Neh. Neh neh. Neh ne. Was? Ah, ok. Verdammt. Und... Leider ey... Yes. Jetzt werde ich vermutlich nicht mehr ganz so lange spielen. Also nicht mehr 30 minuten folgen machen, gleich 15 minuten folgen. So, das muss reichen. Ah, die 30 minuten folgen hat länger, äh, laufgeladen als ich dachte. Wow, wie schnell das rum geht, Alter. Boah, muss ich, muss doch wieder dich irgendwie aber reingehen. Irgendwie ist es lustig, jetzt zuzuhören. Egal, ich hab die Schrift genau so aufgewertet wie Donuttinger. Oh, naja, Donutting mir keine Million, nein. Also, nein. Oh ja, Jun Luna. о Hm, diese Musik ist so effellerlich und mir schreckt, so się waute tak ? Sag sobie, wird glaub ich keine Art von. Hę, na ja. Also, das seen'n spielten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 machen, Upgraden, das ist dann fertig. Yes. Let's be doubled. Ach so. Ja, außerdem lade ich auch gleich ETA hoch. So geht der Online-Off. Und mehr Zeit. Und so lade ich nicht hoch, sondern veröffentlichte ich gerade. Das ist einfach so ein Spiel, das man so nebenher spielen kann. Ich glaube, dass ich das Spiel mal aus meiner Klasse verschlagen. Er macht nämlich so offenweise ähnliche Spiele. Ich muss ihm das hier mal zeigen. Wenn er es nicht schon nichts hat. Ich fühle mich doch. Nein, warte mal. Verlust mich. Ja. Dankweilig. Guck mal, 9 Millionen. 5 Sekunden. Alle 5 Sekunden. 9 Millionen. Geil. Ich wünsche ich hätte so einen Laden hier. Ach, YOLO hier. Ich muss auch nicht drücken. Ah ja, stimmt. Es geht klar. Wenn ich ja weg bin, kann ich das ja nicht in der Zeit drücken. Und deswegen ist die Manager auf. So, PlanetSide und GTA Online. Äh, GTA Online-Zettung. Yay. So kack, ich hatte kurz... Ich meinte, ich könnte für... Single Elefé hier. Meinen Kanal. Und eventuell auch für Lukas. Für den anderen Lukas. Intros machen mit Cinema 4D-Dingsbums. Dabei hat das leider nicht funktioniert, denn... Demo-Version, die nichts kostet. Kann ich speichern. Ah, richtig gehört. Ich kann Projekte erholen, aber nicht speichern. Denkt sich vermutlich so... Ach, YOLO, der Arsch... Wow. Zwar hat ein Intro und ich... Warte, oh mein. Ja, okay. Ich hab... Äh... Wenn ich mir irgendwann's kauf... Dann hab ich's... Weil den... Äh... Also wenn ich mir das Cinema 4D-Ding hol... Äh... Also man kauf, dann... Hab ich jetzt so ein... Das ist der Hobby, wie man sich jetzt ein Ding holt... Äh... Favoriten gemacht, damit ich mir dann ein Geiling drüber machen kann. Weil... Awesome. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich krieg Kopfschmerzen bei diesem Spiel. Oder nein, ich krieg gerne Kopfschmerzen. Aber mein... ...kopf wird gekriegt. Also... Ja. Ja. Nice. Das... Ich meine Sekunde und dann krieg ich nur... 80.000. Guck mal, ich hab ein Stück hier so... Zitronen schladen hier, Alter. Wir müssen so viel Kohle verdienen. So. Und sowas gibt ich da alles. Dora. Ehh... Time Warp. Dreimal multiplayer. Pfff. Einen Tag in die Zukunft springen. Das ist, glaub ich, hart. Fucking geil. Aber es kostet einen Euro. Der ging ja auch nicht. Wie gesagt. 99,99... 99... 99... 99,5 Cent. Warte mal. Das hier dauert 5 Sekunden, oder? Ja. Das dauert 5 Sekunden. Und das dauert... 23. Okay. Das dauert 5 Sekunden. Das dauert 5 Sekunden. Die Fertigungen. Die Fertigungen Bis zum nächsten Mal. Und 110 Millionen Euro leichter. Schwerer. Was heißt schwerer? Dann würde man sich ihr Geld erleichtert. Dann würde man glaube ich, wenn du nicht Geld. Ja, dann wäre das wieder wenn ich mich jetzt 110 Millionen verlieren würde. Swag in Stats. Ja man, ich habe Swag, bitches. Okay. Ich glaube, es ist ein Sprite für das Spiel. Remember, wenn es nicht ein Hippo ist, dann ist es nicht ein Hippo. Aha, es ist vielleicht ein Badger. Es ist kein Wettbewerb. Es ist nur ein Wettbewerb. Wie lange ich mich hier aufhören soll. Wie lange ich mich hier aufhören soll. Also, wenn ich euch nicht rede, dann mache ich das Mikro aus, weil ich der Musik hier nachsumme. und ich möchte euch das nicht antun. Ihr könnt mir später danken. Oder in den Kurs an. Oh, ich frag mich, wie viel Doki bringt, wenn ich es auf 247 vermessere. Stimmt, mega creepy. Krass. So, ich mache jetzt mal die Karre hier hoch. Ich will wissen, was passiert, wenn ich die jetzt da wieder Bonus bekriege. Und danach kommt die Pizza. So, wir sind jetzt wieder bei... Was hat er da? Red ich auf? Ja, gut, ich habe nämlich gerade ein Riesen-Geschmier. Ja, das ist passiert, wenn man das nicht mehr rausmacht, weil... Keine Ahnung, weil halt... Ja. So, ich würde sagen, die Karre kriegen wir noch. Dann mache ich mal wieder eine längere Pause. So, 20, 30, 40, 40, 40, 60 Minuten. Oder 1, 2 Stunden, keine Ahnung. Dann mal sehen, wie viel... Ich hoffe, ich glaube, ich singe nicht zu sehr auf die Nerven, wenn ihr überhaupt noch hier seid. Kohle, danke. Okay, ich glaube, das nehmen wir nicht mehr, nee. Die Karre kriegen wir nicht mehr, daher... Okay, ich mache die Folge und zack, dann bis nachher oder irgendwann oder ja. Tschüss. Ja, warte, ja. Tschüss.